Ich bin Daniel. Ich bin 19. Ich hab grad mein Abi bekommen. Und ich hab noch nie mit nem Mädchen geschlafen. Auch noch nie eins geleckt. Und noch nicht mal in Ruhe angefasst. Ich weiß nix. Außer das, was ich von Dennis weiß. Und bald sind die Mädchen Frauen. Und was bin ich dann? Bleibstehen, du Scheiße! Ihr kennt mich alle mal! Luca? Ja? Heute liebe ich dich seit 1480 Tagen. Es sind über vier Jahre. Obran, schieß! Du hast recht, war eine Scheißidee. Ich hab die einzige Chance, die ich hatte, direkt zweimal hintereinander verbockt. Endlich. Kannst du endlich mal ne neue suchen? Bist du bescheuert? Wir suchen noch einen Zivi. Ja, dann wollen wir mal. Was ist? Dann wollen wir mal! Und Anna will sich auch noch mit mir treffen. Wenn eine will, wollen alle. Willst du nur mit hochkommen? Junge, du denkst zu viel. Oder auch zu wenig, aber es kommt auf das Gleiche raus. Ich kündige. Warum kann man sich nicht aussuchen, wie man lebt? Was ist eigentlich mit Anna? Weiß nicht. Anna ist mein Boss. Was ist eigentlich mit dem Mädchen? Ich weiß nicht. Ich weiß nichts über sie. Liebst du mich? Könnt's sein, dass du's noch schaffst in den Morgenwind Wenn man den Nachtzug nimmt Oh, bestimmt Hat irgendwer die weiche nach woanders hingestellt Du brauchst einen für alles Und im Zweifel für dich selbst Und drei Wünsche frei auf einmal Falls dein Viertel hinter dir zusammenfällt So, ich habe einen Zeitpunkt